Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreude zu Icewind Dale. Ja, nachdem wir in der letzten Aufnahmesession unsere Charaktere erstellt haben und in Osthafen angekommen sind, also der ersten Stadt und damit auch eben Polok, haben wir hier schon einige Aufgaben erledigt. Äh, und noch einige Aufgaben offen. Sofort! Also, wir gehen jetzt erst einmal, nachdem wir mit der Frau am See gesprochen haben, mit Ionen reden. Wie kann ich sofort? Hm, was? Oh, ihr seid es. Seid gegrüßt. Habt ihr was vergessen, als wir das jetzt mal unterhielten? Ionen, ich glaube, ich habe herausgefunden, warum ihr diese Träume habt. Wie, ihr macht euch nicht lustig über mich, oder? Ich wäre dankbar, wenn ich nur eine Nacht Ruhe hätte. Die Frau in euren Träumen ist ein Mehrgeist, Ionen. Ihresgleichen spricht durch Gesänge, deshalb versteht ihr sie nicht. Ein Mehrgeist, äh, und was will sie von mir? Warum diese Träume? Sie ist einer der Geister des Sees. Die Männer den Tod locken wollen, Ionen. Die Träume sind eine Art Köter, wenn man so will. Wenn ihr wollt, dass diese Träume euch nicht mehr heimsuchen, müsst ihr euren weltlichen Besitz aufgeben und diese Stadt sofort verlassen. Ihr könnt eure Besitztüme mir überlassen, wenn ihr wollt. Ich werde dafür sorgen, dass sie, äh, Verwendung finden. Nun, ja, genau. Das sagen wir als Paladin sicher. Nein. Ihr Name ist Elysia. Geschöpfe ihresgleichen haben die Gabe, durch Träume zu sprechen. Sie spricht zu euch, weil sie einen eurer Vorfahren liebt und seit vielen Jahren ein ihm gegebenes Versprechen mit sich herum trägt. Einmal bei Vorfahren, aber warum kommt sie dann zu mir? Euer Gesicht erinnert sie an ihn und euer Herz ist so stark wie seines, wenn ich stärke. Sie hat sich in euch verliebt, doch sie kann sich euch nicht im Fleischen Blut zeigen. Sie möchte euch gern etwas geben, das eurem Vorfahren gehörte, wenn ihr es annehmen wollt. Natürlich werde ich das tun... Ja, natürlich werde ich das. Tut mir leid, aber das ist ein bisschen viel auf einmal für einen einfachen Fischer. Ich, also es will mal ein näherer Geschenk von dir annehmen zu dürfen. Ja, Gruppe hat Erfahrungspunkte erhalten und du hast dir unten erklärt, weshalb er böse Träume hatte. Hier habt ihr es. Es ist die Klingel, die euer Vorfahren gegen Iskazaracht führte, die letzte Matriarche der weißen Drachen. Sie lag fast ein Jahrhundert lang im Herzen des Drachen auf dem Grund des Sees. Sagt sie mit Würde und in dem Bewusstsein, dass sie diese euch liebt. Eure Träume werden euch nur nicht mehr plagen. Beim Grad der Welt auch zu bochen ist diese Klinge ein Wunder, aber sagt ihr keine Träume mehr? Ich? Nun ja, sie werden mir fehlen, wenn ich ehrlich bin. Ihr Gesang? Wunderschön, einfach wunderschön. Tagebuch aktualisiert. Wir haben Ionen gesagt, weshalb er seine Albträume hat und wir haben ihm die Klinge seines Vorfahren überreicht, die Elysia ihm geben wollte. Er war verblüfft wieder ins Geschenk und bedauerte zutiefst, dass Elysia selbst nicht zu ihm zurückkehren würde. Diese Traurigkeit ist typisch für Menschen aus zwei Welten. Ich werde es dir sagen, Ionen, lebt wohl. Ja. Dein Wiff weiter! Das heißt, wir gehen wieder nach unten. Das Traumlied wurde aktualisiert. Mhm. Das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Das heißt, wir nehmen wieder das Seelastrad, da die eine Elfe ist. Und reden mit der Frau. Habt ihr Ionen gefunden? Ja, und ich habe ihm die Klinge gegeben. Mein Dank ist euch gewiss. Bitte nehmt dieses geformte Stück Sand, das ich auf dem Grund des Sees fand. Ich habe gehört, dass es für die, die auf dem Lande leben, solche Dinge von großem Wert sind. Ja. Ihr seid zurückgekehrt und habt Elysia gesagt, dass ihr Ionen die Klinge überreicht habt. Und wir haben Erfahrungspunkte gewonnen. Die Gruppe hat ein Gegenstand gewonnen. Perle. Mein Tagebuch wurde aktualisiert. Wir sind zu Elysia zurückgekehrt und haben ihr gesagt, dass wir Ionen die Klinge gebracht haben. Sie war sehr froh darüber und benötet uns für unsere Mühe. Danke, Elysia. Nehmt wohl. Und da löst sie sich auf. So, das ist jetzt erledigte Aufgabe. Wir sind zu Elysia zurückgekehrt und haben ihr gesagt, dass wir Ionen die Klinge gebracht haben. Sie war sehr froh darüber und benötet uns für unsere Mühe. Gut. Das heißt, wir haben jetzt eine Perle. Die wir auch noch zu Geld machen können. Ja. Vorwärts. Jetzt können wir mal den Tempel besuchen. Mal sehen, was uns der Priester zu erzählen hat. Vor allem über den Boden. Ob er uns da was sagen kann. Ja, der Tempel hat schöne hohe Glasfronten. Sag, was du von mir willst. Dies ist ein großes Schild in der Mitte, das Symbol eines purpuren Schwertes eingraviert ist. Zahlreiche Katze und Deutdorf hin, dass der Schild viele Schlachten erlebt hat. Er trägt folgende Inschrift. Schild, dann Trigors, dann Trigor, der in uns hier geschlachtet, gegen die Utgard-Papa kämpfte, wurde im Kampf gegen einen weißen Drachen, auf dem Dinnesee getötet. Seine sterbliche Hülle wurde nie gefunden. Oh, das war sogar der von dem Schwert, das wir gerade hatten wohl. Diesen rappodierten Stahlhelm, grün, fünf Schlank, Köpfe einer Hüte. Aus der Inschrift lautet, Helm des Gartrum Grünachs. Gartrum war der Anführer, der Abenteurer, des berühmten Clan, der Drachenclown. Das Schicksal dieses legendären Schwertkämpfers ist und bleibt ein Rätsel. Vermutlich ist er tot. Und als er zuletzt gesehen wurde, betrat er gerade das Warschland von Thun, alleine. Diese lange, schmale Lanze ist von erstaunlicher Qualität und Kunstvoll gearbeitet. Der gesamte Schaft scheint mit Goldbeschichte zu sein und auf dem Griff pranken wertvolle Edelsteine. Sie enttät die folgende Inschrift. Die goldene Lanze, Ketvir, der größte Ritter, der je in einer Schlacht gekämpft hat, stammt rüber auf dem Feld der Toten mit seinem streuen Schlachtroß Onyx. Okay. Gewiss. Ja, wir haben hier Everard und wir haben noch Azalea hier. Im Tempel. Was haben wir hier noch? Dies ist ein Rundschritt, aus dem mehrere heimtückische Widerhaken herausstehen. Hintermitte des Schildes ist ein flammendes Schwert, das heiliges Symbol von Tempus eingraviert. Darauf ist folgende Inschrift eingraviert. Schild von Berge vom Ort des Stahlfangs. Gefallen am 11. Tag der Schlacht bei der Brücke von Borsgier. Die Kräger dieser Streitdach steckt tief in ihrer Alterung. Kunde hatte kleine Kerben, bedeckend den schwarzen Eichengriff. Auf der Axt befindet sich folgende Inschrift. Axt des blutigen Aschrimm. Der gnadenlose Kriegsfürst benutzt die Axt angeblich persönlich zur Hinrichtung seiner Gefangenen. Er selbst wurde eines Tages vor seinen eigenen Männern brutal zerstückelt. Aha. Sehr schön. Dieser riesige Kriegslager sieht aus, als seien die vereinten Kräfte zweier Männer nötig, um ihn zu verwenden. Der dicke Stahlkopf ist mit genieteten Borzebändern umwickelt und mit Spritzern bedeckt, die wie getrocknetes Blut aussehen. Seine Inschrift lautet Knochenbrecher. Diese prächtige Waffe gehörte als im Blick der Krieger, Dubok, der Faust, der beim Sturm auf die Drachensperrburg fiel. So, was könnt ihr beide für mich tun? Gucken wir mal. Seid gegrüßt. Mein Name ist Alisha. Aschalia. Ich bin eine eingeweihte im Tempel des Tempus. Ich helfe Everard, die Waffenkammer des Tempels in Stand zu erhalten und zelebriere Rituale. Seid gegrüßt, Aschalia. Ich bin Brennuier. Ihr seid eine eingeweihte des Temp... ...poreanischen Glaubens, ja? Ich wusste nicht, dass der Herr der Schlachten hier oben so beliebt ist. Äh... Ja. Tempus wird von den barbarischen Stämmen hier oben sehr verehrt. Sie nennen ihn Tempus. Wir Einwanderer erleben hier viele Konflikte und Gewalt, und die Leute versuchen, in all dem einen Sinn zu sehen. Barbarische Völker, was heißen sie von Zehnstädten? Das ändert sich von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Jahr zu Jahr, wie alle Dinge. Sie misstrauen uns Einwanderern und betrachten unsere Siedlungen hier oft als Eindring in ihr Land. Manchmal handeln sie mit uns, manchmal führen sie Krieg mit uns. Klingt nach einer Hassliebe. Immerhin töten sie euch nicht die ganze Zeit. Ein paar... Irgendeine zivilisierte Nation sollte hier heraufkommen und diese unverschiebten Barbarmen mal richtig vermöbeln. Was glauben die, wie es Fortschritt geben kann? Die, die bei ihnen in der Tundra sitzt und auf eine dämliche Trommel einschlägt. Ja, das hat, wie wir im Vorspann ja gesehen haben, ein Magier versucht, also die Barbar zu zerwerfen. Hat nur nicht ganz gut geklappt. Und das ist gut so. Die Leute behandeln dieses Land wie Abfall. Allein diese Tempelin ist schon eine Beleidigung der unberührten Schönheit des Grad der Welt. Ihr habt gesagt, wir Einwanderer, woher kommt ihr? Es scheint gefährlich zu sein, hier zu leben. Ich muss jetzt weiter. Fragen wir mal, woher sie kommt. Ich stamme aus Niewinter. Ich kam hierher, um Kriegsherr Everard zu helfen, als der frühere Kriegspriester Renfeld in der Schlacht mit den Barbaren nahe Brüschander getötet wurde. Aber die Barbaren scheinen die Einwanderer ja nicht besonders zu rügen. Ja. Nehmen wir mal das mit der Hassliebe. Es ist einfach Teil unseres Alltags. Wir wissen, dass die Barbaren nicht weil Facts sind und wir Einwanderer kennen die Gefahr, die sie in unserem Leben bringen. Es scheint fast sinnlos, unter solchen unwirklichen Bedingungen zu leben, haben die Leute keine Angst. Es ist Teil einer einfachen Wahrheit, an die wir temporär glauben. Wir sind von Konflikt umgeben. Alle Menschen, ob Mann oder Frau, haben etwas, an das sie glauben und für dessen Verbreitung und Erhalt sie ihr Leben riskieren würden. Tempus sagt uns, dass wir für etwas von Bedeutung leben sollen. Ob wir töten oder ob wir sterben, ist es gleich. Wir predigen, dass Konflikt und Krieg für die Existenz der Menschheit essentiell sind. Das denke ich auch, auch weil es uns nicht gefällt, dass es passiert. Konflikte im Leben sind unvermeidlich. Das ist ja wohl ein Winst. Ich kann nicht glauben, dass sie das ernst meinen. Krieg ist für unsere Existenz nicht essentiell. Was ist mit Dingen wie Liebe und Toleranz? Wie passen die Tempus? Blah, doch eine Theorie ist absurd. Darüber kann man nachdenken. Ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Ja, reden wir doch mal in dir. Hallo, da seid ihr ja wieder. Da kann ich euch irgendwie helfen. Könnt ihr mir etwas über die barbarischen Stämme erzählen? Nein, das will ich jetzt nicht. Könnt ihr mir etwas über die temporanischen Rituale erzählen? Wir feiern das Festmahl des Bodens zur Erinnerung an die Gefallenen. Außerdem singen wir den Gesang des Schwertes mindestens einmal in zehn Tagen. Weil die Kirche so nah am Schaubplatz so vieler großer Schlachten liegt, gibt es in unserer Gemeinde auch lokale Feiern zur Erinnerung an die schlimmsten Kumpflikten, die im Eiswirtal getobt haben. Die wichtigsten täglichen Zeremonien sind das Heldenmal am Mittag und der Gesang für die Gefallenen bei Sonnenuntergang. Ja, welche lokalen Schlachten feiert ihr? Was sind das Heldenmal und der Gesang der Gefallenen? Fangen wir mal nach den Schlachten. Wir feiern die Schlacht von Jerrod Stein. Ich würde euch mehr darüber erzählen, aber Edward wünscht, dass alle Fragen dazu an ihn gerichtet werden. Er sieht unsere Lehren aus einem etwas anderen Blickwinkel als die meisten anderen. Fragt ihn, wenn ihr ihn seht. Was für ein Mensch ist, Edward? Nun, Edward hat sich immer noch nicht ganz an seine Stellung hier gewöhnt. Ich glaube, er würde Tempos noch immer lieber auf dem Schlachtfeld dienen, aber seine Aufgabe ist es, diese heilige Stätte zu bewachen. Die Stätte von Jerrod Stein. Ihr solltet ihn danach fragen. Er weiß mehr über die Geschichte als ich. Edward ist gleichzeitig Krieger und Priest. Wie passt das mit dem Temporialischen Glauben zusammen? Äh, da sind wir wieder hier. Darüber denke ich nach. Also gehen wir nochmal zu den Ritualen. Was ist mit dem Heldenmal und dem Gesang? Das ist schnell erklärt. Das Heldenmal ist ein Mal, das wir am Mittag einnehmen. Dabei erinnern wir uns an das letzte Mal, das jeder Krieger zu sich nimmt, bevor er oder sie den tödlichen Kampf zieht. Der Gesang für die Gefallenen ist ein Trauergesang, den wir bei Sonnenuntergang singen. Zur ticke ich in Erinnerung an die im Kampf getöteten. Ja, welche lokalen Schlachten feiert ihr? Ja, da kann ich mich im Kreis drehen mit den zwei Fragen. Dann können wir jetzt noch nach dem... Ja, das ist der hohe Priest, das ist das Elfrat. Ja, und dann kommen wir wieder hier hin. Okay, das war also alles, was sie zu sagen hat. Dann reden wir mal mit Everath. Everath, nicht Everath. Hrothgar meinte schon, es wären Fremde in der Stadt. Was genau wollt ihr? Und hey, er ist ein bisschen vertot. Ich bin Bredo, ihr seid ihr der hohe Priester des Tempels? Ja, ich bin Everath. Everath von Tempus, Kriegspriestern des Herrn der Schlachten. Was führt euch hierher? Ich bin gekommen, warum Kortus seinen Anhängern die Ehre zu erweisen, Everath. Aber hier im Ostheim gibt es nicht viele Schlachten, hoffe ich. Alisha hat gesagt, ich sollte euch nach Erod Stein fragen. Sie sagt, es hätte etwas mit einem eurer Feiertage zu tun. Ihr Tag namens des Krieges, Everath, wurde die im Kampf verwundet. Wissst du etwas über die Expedition, die Hrothgar vorbereitet? Ich habe gehört, dass ein Burt, der aus Kuldaar zum Tempel gekommen ist. Was ist das für eine glyphenbedeckte Tür unter der Statue? Ich habe mich gefragt, ob wir wohl dem Tempel unserer Ehre erweisen können und auch etwas Heilung bekommen können. Ja, das ist dann der Standard-Tempeldienst wahrscheinlich. Gehen wir mal von oben nach unten. Nehmen wir die 1. Krieg ist nur eine von Tempus vielen Seiten. Krieger. Wahre Krieger verehren ihn auch.